Mahlzeit und Willkommen zur nächsten Folge von KOSAKS Back to War. In der letzten Folge hatten wir, glaube ich, ein bisschen Stress, ne? Aber das ist ja nicht so schlimm. Wir sind ja gut vorbereitet. What the fuck? Oha, oha, oha. Oha, oha, oha. Two times. Fuck, fuck, fuck. Doch kein Trommeler. Scheiße, scheiße, scheiße. Oha. Scheiße. Oh, wow. Uha, das war knapp, das war knapp. Ähm. Hier stehen lila, ne? Die Engländer stehen vor meiner Haustür. Das war nicht schön. Nein, das war echt nicht schön. Ich soll mal ganz schnell... ...ganz viel machen. Weil wir kriegen schon wieder Besuch. Ach, hier ist auch... Achtung. Oh, ich muss noch mal kurz schnell niesen. Sorry dafür. Das müsste reichen. Wie viel haben die denn noch? Noch ein paar sinnlose Truppen machen, die eh nichts auf die Reihe kriegen. Äh, Nachfrage ist Gold. Und da... Holz. Die können doch eigentlich schießen, oder? Wieso können die da nicht schießen? Nein. Ähm... Achso, ich dachte eben, das werden alles drucken. Das wäre ja dann ein bisschen viel gewesen. Noch ein paar Bauern machen. Ganz wichtig. Ja, das müssten wir nicht hinkriegen. 5 auf 5, gut. Kriegen wir alle weg? Ne, gut Da komm schon wieder weg Oha Oh ja Ganz viel Holz Ich glaub Ich baue dann mal Ne Truppe schon mal auf Und mach dann erst mal Blau fertig Äh Oh, passt schon Ich glaube Wie fang schon mal hin Kriegen wir hin, Kriegen wir hin Oh no Oh no Die geht kaputt Ich besetze es einfach mal Die blauen hier Sag mal Die blauen hier So schwer kann das ja auch nicht sein Oh Ist der Part schon wieder vorbei Ja Halt's Maul Halt's Maul Hab ich gesagt Äh, dann mach ich schnell mal Pause Wir sehen uns im nächsten Part Wenn es euch gefallen hat Dann lasst doch einfach mal Eine positive Bewertung da Ein Kommentar würde mich auch sehr freuen Und Ein Abo Kostet ja nicht Wir sehen uns dann im nächsten Part Bis denn Smslanger Bis denn Bis denn dann fingerla 허